Hallo, ich bin Madlen Steck. Ich bin 17 Jahre alt, spiele Innenverteidiger. Spielerisch ist sie sehr gut, sie hat eine gute Technik. Hallo, mein Name ist Chiara Hahn und viele nennen mich auch Kiri. Ich bin 18 Jahre alt, spiele auch im Sturm. Du bist eine Spielerin, die ein sehr gutes Spielverständnis hat, sehr gut am Ball ist, vor allem Kopfballstark auch ist. Natürlich kann man sich eigentlich immer verlassen, wenn Tore schießen. Mit der Schule wurden wir auch Schulweltmeister. Das war schon eine ganz schön krasse Erfahrung. Hallo, ich bin Mai Hirata, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Japan. Sie ist auch eher ruhig, aber auf der 6 oder auf der 8 ist sie ziemlich spielstark, zweikampfstark, obwohl sie etwas kleiner ist. Sie hatten eine richtig gute Technik und war super gut gelaunt. Es war für uns sehr überraschend, auf jeden Fall, dass wir dabei sind. Ich glaube beim Leistungstest war das, kam auf uns zu und meinte, wir sollen schon mal darauf vorbereiten, dass wir wahrscheinlich dabei sein werden. War immer noch so unsicher und wir dachten so, hey, passiert das gerade wirklich? Und es bringt uns, denke ich mal, sehr viel weiter. Wir sind alle nett. Ja, wir kennen schon einige Spielerinnen hier aus Nationalmannschaften, aber vor allem helfen uns beiden, glaube ich, Shakira und Sophia viel weiter. Ich bin jetzt auf dem Zimmer mit der Tahi und sie hilft mir viel Deutsch und Däden. So, wir haben jetzt beschlossen, dass wir eine Challenge drehen werden, damit ihr uns ein bisschen näher kennenlernt. Und dann können wir uns ein bisschen näher kennenlernen. Vielen Dank.